So, Hallihalli, Leute, wir sind zurück im Daily Ranking und inzwischen mit dem Hot Wheels DLC, der inzwischen rauskam. So, müssen wir da reinkommen. Hm, da ist kein Boost. Ähm, kann doch nicht. Sehr schön, hat er ja genommen. Wie ihr seht, ich habe mir hier den Hot Rod Variante gekauft von Hot Wheels DLC und wollte mal ein bisschen ausprobieren, wie das so ein Knife Spiel ist, sozusagen. Ich habe hier alles mit Knochen gemacht und auch einen Knochen Boost genommen von Halloween. Ein bisschen. Mal zum Antesten. Nein, nicht haben können. Das ist meine Aufgabe gerade. Ich will sie jetzt zurückfahren lieber. Weeeeee, und... Oh, hat er gut getredet. Ich fahre so aus, wie es da reingeht. So, wir haben schon eine Boost. Ich bin wundervoll, warum ich die Boost-Pads nicht aufsomme. Ich bin wieder vorbeigefangen. Oh, oh. Upsa. Den muss ich mal kurz... wegmachen. Und nochmal durchquetschen. Zack. Zack, zack. Oh. Wir müssen jetzt wieder die Defensive übernehmen hier bei unseren Leuten. Oh, shit. Ah, hat den getroffen. Okay. Wurden abgelockst. Ah, ha. Und weiter ausgespielt. Schön verlängert. Sick. Ich hab zumindest einen gewissen Anteil dran gehabt bei dem Rausspielen. Ich hab mir erst gedacht, oh, der war ein bisschen arg mittig. Aber dann... hat es einer von meinen Teammates umgesetzt. Oh, der fährt ja die lange Version von dem Upfields-Ding. So. Oh, shit. Jetzt werd draußen dafür. Weitergeleitet. Ja. Typ, 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 typ. Oh, shit. Oh, shit. Äh, das stimmt nicht so weit weg. Um ihn dann irgendwie Richtung Tor zu bringen. Ich geh mal hier defensiv lieber. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Der kommt hier ganz schön drüber hin. Er hat irgendwie noch mehr gespielt gerade. Ach. Hat er genau auf ihn abgelenkt, auf das Team-Mate. Oh, ja, der hat er gut an der Wand genommen. Ich darf nur sagen, hat er gut mitgenommen. Oh, okay. Okay, bin der letzte Mann gerade wieder. Das ist nicht mein Job. Nicht mein Job. Oh, heute gut gemacht. Ich weiß nicht, ob er unbedingt diese Drehung noch gebraucht hat. Aber er hat auch einen gekriegt. Der hat gar nicht die lange Dottos-Version. Der hat die normalen Standard-Karra, die lange. Oh, shit. Sehr gut. Ich dachte, der bleibt halt weiter oben hängen. Schönes Safe. Ich bin hier ganz schön weit draußen. Ich hoffe, mein Geschmack, wenn wir jetzt mal eine Konto reinkriegen. Oh Gott. Ich hätte genau gehabt, den Scheißball. Ich hätte den voll rausgeballert. Gut, gut. Thanks. Ah, gut, der mich rausgeballert hat. Aber ich konnte den dann nehmen. So. Läuft. Hast du schon fünf Shots? Lol. Das macht jemand neben dem Torfallen. Ja, der hat halt ein Tor mehr gemacht. Dadurch kriegt er einen MVP. Hot Wheels Antenna. Die habe ich noch gar nicht gehabt, weil ich noch nicht gespielt habe. So, gucken wir mal weiter, wie es läuft. So, Runde zwei im Late-Ranking-Holder. Ihr seid immer noch mit unserem Skelett-Karrel sozusagen unterwegs. Ne, weil passt der von vorne so. Mal sehen. Ah, I got it. Schreibtisch. Okay, dann kann ich zurückfahren. Nee, nicht direkt aufs Tor schießen, wenn ich dagegen. Uh, die blocken unsere Schlüssel gerade ganz schön bitter. Oh, da haben wir mal geblockt für uns Vortrag. Ich glaube, sie haben zu Freestyle. Oh, shit. Du, 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 du. Ich führ mal jetzt zurück ins Tor. Der kann das noch nicht so richtig, glaube ich, mit dem Hof fahren an der Wand. Mit dem Ball hochfahren. Aber ich glaube, Freestyle an sich so in der Luft treffen kann er vielleicht schon ein bisschen zumindest. Damit er theoretisch besser fliegen kann, als ich. Äh, da bin ich nicht da. Oh, Gott. Da kam blöd zu meinem eigenen Mann entgegen, ey. Das hat mich voll verwirrt. Das sind ja wieder zwei in der Ecke. Der dritte macht defensiver und dann kann keiner den Ball verwandeln. Komm schon, ne, war es nicht klar. Vorlage? Oh, Gott. Oh, wir haben beide auch dort zu boosten. Warum ist er nicht hinten geblieben? Er wäre mal hinten geblieben. Alles safe gewesen. Oh, Gott. Mein Herr, kracht wieder gegen mich. Niggi oder Engi? Oh, dass man vor die Leute hier rumdriftet und dann Gas gibt, das ist super. Verwirrend. Nein, nein, ich bin wieder zu flach. Geflogen, meine ich. Nicht, dass das Auto zu flach ist, sondern ich bin zu flach geflogen. Schade, schade, schade. Schokolade. Dreimal schade, Schokolade ist ungefähr. Ach, komm. Ich wollte dort den Rückwärtsallung machen. Genau in der Ecke. Wieso geht das nicht? Ach, komm. Ich kann nicht ein bisschen... Ach, komm, das Spielchen noch mal schneller. Das ist mal ein scharfer, flacher Schuss. Oh, Gott. Der ist liegen geblieben. Das wäre fast bitter gewesen. Den dort irgendwie so von unten zu nehmen war nicht so geil. Dann drücken sie den auf der anderen Seite rein. Oh, oh, nicht tun. Was tust du? Oh, Gott. Und der Deddy ballert hier einfach nur quer durch. Oder wischt den Ball dann doch so halb mit. Manchmal, manchmal nicht. Oh, Gott. Na, wieder liegen lassen. Die Wuppe hat mich herumran, oder was? Wofür war das? 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 Oh, oh. Ah, fuck. Ich bin hinten. So. So, da steht 2-0. Wir müssen nur halten. Oh, Gott. Oh, er legt den eiskalt hin. Alter Vater. Damit will ich nicht gerechnet, dass ich meinen eigenen den dort liegen lasse. Ja, noch eine Antenne gekriegt. Los geht's weiter hier. So, Runde 3 jetzt. Und dann soll haben wir schon erfüllt. 2 von 3 Runden gewonnen. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir den Rest auch noch, die letzte Runde auch noch gewinnen. Aber wir haben ja schon mal super knapp geschossen. Zip, 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 zip. Wir dürfen die einen auf den anderen beiden in den Dörfer. Wir sind jetzt beide angegangen, was soll's. Ich bin zu spät gesprungen. Oh, Gott. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verhindert habe oder ob ich das eher schlechter gemacht habe. Weiß ich nicht genau. Oh, ha. Den hab ich auf jeden Fall verhindert. Was willst du? Warum bist du hier in der Ecke, Junge? Okay, pass. Hat er schön vorgelegt. Hat er schön vorgelegt, indem er den dort davor gemacht hat. Und dann konnte ich ihn halt schön reinknallen. So, fängt auch ganz okay an. Oh. Oh, hab ich gespielt. Immer noch in dieser Scheiß-Ecke hier. Und er geht sogar rein. Oh, diese blöde Ball in der Ecke, Mann. Und dann fällt er zufällig drauf. Das ist natürlich Pech. Da ist er echt Pech. Und einen Millimeter hat er nicht mehr rausgekriegt. Oh, wow. Der, der hätte anfangen müssen... Äh, ist AFK. Der ist halt wirklich AFK. Der Einzige, der hätte anfangen können. Von uns. Nice. Das verstehe ich immer nicht, warum wir die Rank spielen haben. Zufällig mittendrin aufkrasen. Einfach nur so. Tschüss. Weg. Ja. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Also, wie der AFK. Oh Gott. Ist er jetzt da oder nicht? Nimm mich mit. Bessiger Hit aber. Der flog. Okay. War mitgenommen. Ja. Viel zu schnell. Ups. Da wollte ich nicht seitlich. Ich wollte immer nur ein Vorwärtssalto machen eigentlich. So ist ich den seitlich genommen. Ja, war dumm. Ja, nice. Hat er schön weitergeleitet. Nein! Oh, der Winkel war kacke. So wie ihn genommen hat. Ich wollte einen Boost. Und ich war mal zurück in die Defensive. Oh, das ist ein Rind. Ich wollte da nicht. Ich glaube, ich kann. Okay, dann glaube ich, das gleiche. Ja, wie ich dich gerade. Dann auch das. Oh, oh. Oh, 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 oh. Huh. Gar nicht geil. Ich freue mich gar nicht, wenn er dort so immer weit durch den Dorf liegt. Langsam weit oben. Ich freue mich gerade die ganze Zeit drücken, das. Nicht so geil im Zweifelsfall. Er fällt den Halt. Er fällt ihn halt. Nein! Ich bin rüber gefahren kurz vorher. Ich habe deswegen immer weiter Abstand zum Ball bekommen. Komm, noch 15 Sekunden. Dann haben wir drei Siege. Wow! Das kann er aber nicht verdient. Den Sieg haben wir ihn kriegen. Den kriegen wir, aber den haben wir nicht verdient. What the fuck, ey. Ei, 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 ei. Das war hart erkämpft. Aber wie gut. Damit ist das Day-Ranking-Würde vorbei. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wie gesagt, ich habe mir nur diese eine Hot Wheels Auto gekauft. Das andere fand ich irgendwie hässlich. Deswegen werde ich dabei bleiben. Aber ich weiß nicht. Das hier fährt sich zwar eigentlich ganz nett, aber ein bisschen träge. Also, bis zum nächsten Mal.